Das bin ich. Das war ich. Letzten Dienstag. 1947 geboren als Jakob Zuckermann. Wenn Ihnen irgendwie jüdisch vorkommt, dann haben Sie sich geirrt. Mit dem Club habe ich nichts zu tun gehabt. Bis letzte Woche. Der Telegram für Jakob Zuckermann. Der Mutter verfügt dem ich weiter, dass sie und ihr Bruder Sonja danach sieben Tage Schiefer sitzen. Warte. Hallo Jakob. Hallo. Papa, das ist zu peinlich. Wir wollen mich schon einrichten. Was genau ist eine Schieber? Schieber? Schieber. Schieber. Wenn Sie nicht erfüllen wollen, verzichten Sie auch auf die Erbschaft. Mama hat gesagt, ihr könnt euch nicht leiden. Aber ihr müsst euch vertragen. Sonst kriegt ihr das Geld nicht. Stimmt das? Schieber. Schieber. woj hier und die schieber. Okay, diese Rede nicht zufrieden, das gesamte Erbein-Nävsen-Geriedes in der Gemeinde in Berlin zu erachten. Guten Tag. Rabine Ernst Ginsberg aus Berlin. Konto Nummer 44885377. Ja, ich warte. Ja, ich warte.